Welchen Lehrberuf möchten Sie gerne erlernen? Ich möchte gerne Verkäuferin werden. Warum? Weil mich der Umgang mit Leuten interessiert und der Herdmann. Ich will spartartikelverkäufer werden. Warum? Ich wollte das schon in der Hauptschule tun und darum schon mal in der Spartfrühstücke geschnuppeln. Was willst du werden? Ein Zehandskaufgrau. Und warum? Weil ich gerne in der Pflichter war. Ich will Versicherungskaufgrau werden. Warum? Weil mich den Beruf sehr interessiert. Und warum? Das war ich sehr.